So, willkommen zurück zu S.O. Ich bin euer Firobo und ja, wir sind hier gerade mitten in einem Event mit, äh, Lisbeth sogar, komischerweise. So, ich hab mir auch irgendwie gar nichts gemacht eigentlich so richtig, aber ich würde einfach nur mit euch mitnehmen. Äh, ich hätte eigentlich auch auf, dass ihr hier nochmal ein richtiges kommt. Du weißt schon, so ein schönes Gespräch. Was hat der jetzt? Komm. Moment, ich muss mal eben rausklicken. So. So, das nehmen wir als Thumbmail dann überhaupt. Denn ich war gerade einfach nur ein bisschen hier am, äh, gucken, wegen, äh, wie heißt es jetzt, äh, ich war am gucken, ein paar Dates am machen und so gewesen, weil es ja extrem viel Zeit kostet. Wie gesagt, ich bin jetzt so schüter, zwei Stunden dran und so. Äh, warum ist das, ich hab das hingekriegt jetzt? Mirchen. Mirchen. Ich glaube, es ist nicht so, aber... Es ist ein Wunder, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Ich glaube, es ist ein Wunder, das andere, was ich weiß. Ja, das ist ja. Ich habe immer, als ich in Wunder, als ich in Wunder war, aber ich habe einen Wunder, der Kasi ist von der Kasi. Ich habe mich daran daran daran, was ich mich daran daran beschäftigt. Das war's für mich. 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 Gut, ich will mich eigentlich von allen Leuten, die hier die Zuneigung maximiert haben, muss ich gestehen. Das war's für mich. 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 Okay. Das war's für mich. 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 So, ich hab's für mich. 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 Melody... Sorry, sorry, aber ich hab's für mich. Ich hab's für mich. Ich hab's für mich. Ich hab's für mich. Ich hab's für mich.